Dimitri Oberlin, herzlich willkommen beim FC Basel. Wie fühlst du dich jetzt direkt nach der Vertragsunterschrift? Danke, ich bin sehr zufrieden mit dem. Ich war ein bisschen unter Druck, aber jetzt bin ich in Spanien und ich freue mich auf das Ganze. Du kommst von Red Bull Salzburg aus der österreichischen Liga. Was hast du für Erwartungen hier in der Schweiz in der Super League? In der Super League möchte ich einfach einen weiteren Winkel als junger Spieler und ich denke, Basel ist die richtige Entscheidung für mich. Wieso hast du dich für den FC Basel entschieden? Ja, einfach weil ich bin Schweizer und ich denke, Basel ist die beste Mannschaft. Als ich jung war, habe ich immer Basel verfolgt und ich habe auch meinen besten Freund, der da gespielt hat und es hat mir gefallen. Wer ist denn dein bester Freund? Brellenvolo. Jetzt, wie würdest du dich auf dem Platz beschreiben? Was bist du für ein Spielertyp? Ich kämpfe viel, ich laufe viel und ja, ich bin Stürmer, ich müsste immer Tor machen. Theser Hat Du bist du hier immer Tor machen. Beziehungs Du machstvertretbar scrambledst nhiều bist du, Du Meredith Du hast du auf platz educatengst.